So, so YouTube, hallo, hallo und willkommen zu Travel Earth. Wir wollen ein bisschen über die Welt reisen und müssen dabei die Länder raten. Ich hoffe, wir haben Glück und treffen ein paar gute Länder. Wenn nicht, werdet ihr sehen, wie ich mich blamiere. Seid live dabei und ja, wir wollten heute wohl anscheinend gerne von Grönland nach Chile reisen. Okay, das ist natürlich beschissen. Das ist fies. Weil wie kommen wir von Grönland weg? Ich weiß nicht die offiziellen Verbindungen, die das Spiel hat. Boah, das ist übel. Wir müssen jetzt hier die Länder eingeben, dürfen siebte mal raten. Also ich würde ja sagen Kanada als nächstes. Kanada ist richtig. Jetzt die Frage, Rüsselan, kommt man da nach Chile? Nee, definitiv nicht, nicht? Also USA. Heißt also Vereinigte Staaten. Auch richtig. Dann kommt Mexico. Auch richtig. Also bis dahin nicht noch easy. So viel Geografie hatten wir. Hier kommt auf jeden Fall Kolumbien. Und dann sind wir schon da. Panama. Nicaragua. Guatemala. Costa Rica dazwischen noch. Haiti vielleicht. Nee, nicht Haiti, Honduras, nicht? Honduras. Versuchen wir es mal mit Honduras. Ah, Honduras liegt daneben. Okay. Liegt aber auf dem Weg. Aber wie heißt das Land? Zwischen Mexico und Honduras. Hier ist Belize, oder? Wir gucken mal. Guatemala. Marlena. Jawohl. Guatemala, Honduras. Dann Costa Rica, oder? Kommt noch was anderes. Costa Rica liegt auf dem Weg, ist aber nicht das nächste. Costa Rica, Panama. Aber was liegt denn da noch? Guatemala. Honduras. Wenigstens ist es alles grün bisher. Honduras. Costa Rica. Honduras. Costa Rica. Guatemala. Honduras. Hier ist Belize. Honduras. Ah, Nicaragua. Nicht? Nicaragua. Jawohl. Nicaragua. Costa Rica. Panama. Kolumbien. Und. Wir wollen nach Chile. Liegt Peru direkt an Kolumbien? Oder Ecuador. Oder können wir über Brasilien uns hier runtersneaken? Ist Brasilien hier direkt dran? Ich probier's. Brasilien liegt aber nicht auf der Route. Ist also nicht das kürzeste. Hier ist Ecuador. Peru auf jeden Fall. Peru liegt auf jeden Fall auf dem Weg. Ah, Peru war auch das letzte Land. Okay, haben wir einen verkackt. Einen hätte ich besser sein können. Aber, äh, Top 73%. Aber die meisten haben das in dem Versuchen geschafft. In 4 Stunden 53% gibt es dann das nächste Daily. 67% haben gewonnen. Ne, ich hab 67% gewonnen. Aktueller Streak. Eins. Bester Streak. Drei Dailies haben wir gespielt. Ja, Brasilien hätte nicht sein müssen. Ich dachte nur nicht, dass Peru bis hier ran reicht. Ich dachte, da ist vielleicht Brasilien mank. Oder Ecuador. Aber hätte ich nicht Brasilien genommen, hätte ich Ecuador genommen und nicht Peru. Also ich wäre so oder so aufs gleiche Endergebnis rausgekommen. Aber ich finde, wir haben uns hier gut durch Südamerika durchgeballert. Und zum Glück die Landverbindungen zu Kanada direkt identifiziert und sind nicht über Island oder irgendwas versucht rauszukommen. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Übungsrunde, nicht wahr? Ähm, Deutschland auf jeden Fall richtig mies. Wenn man nicht die einzelnen Landkreise kennt, von denen es mehr als 400 gibt. Ähm, ich mache einfach so. Und wir wollen noch von Mexiko nach Venezuela. Ja gut. Ja, nicht? Das hatten wir ja gerade. Äh, wieder Honduras. Ne, wartet, wartet, wartet. Honduras war es nicht. Guatemala zuerst. Honduras. Als zweites. Dann war es Nicaragua. Dann war es Panama. Äh, oh, äh, Nicaragua. Was fehlte mir noch? Guatemala, Honduras, Nicaragua. Äh, Costa Rica. Costa Rica, Panama und dann Kolumbien, nicht? Das sind immer wieder die gleichen Routen. Flump. Und dann haben wir es. Sieht doch schön aus. Teilen Sie diese Route. Nein, nochmals spielen. Wir wollen es ein bisschen schwieriger haben. Wir sagen mehr Versuche. Elfenbeinküste nach Kenia. Oh, das ist doch mal was Schönes. Äh, Tongo? Togo, meine ich. Liegt die rechts oder links daneben? Togo liegt nicht mehr auf dem Weg. Okay, das heißt, wir gehen oben rum. Äh, also Niger. Oder Nigeria. Ne, Nigeria ist hier nicht. Wir gehen, Niger? Liegt auf dem Weg. Ähm, Mauritius? Oder Mauritanien? Mauritanien? Liegt nicht auf der Route. Ähm, Westsahara oder so? An den Schad wird es auch noch nicht gehen. Hm, was liegt denn hier zwischen? Hier liegen so viele Einzelländer an, nicht? Also Schad wird es nicht sein. Liegt auf der, aber liegt auf der Route dahin. Algerien? Was ist da noch? Mauritius? Doch. Wo liegt denn das? Okay. Ist gar nicht auf der Karte, oder was? Wie heißen das andere? Nicht Mauritanien? Nicht Mauritius? Ich komme ja nicht auf diese einzelnen Namen, nicht? Myanmar, Marokko, Mosambik, Mongolei, Malaysia, Mauritius, Malediven? Nein, Mauritius, Martinique? Nein. Montserrat, Montenegro. Mauritanien? Ah, das hatten wir. Marschallinsel? Nee. Hier waren noch zwei, aber mit M. Hm. Okay. Hier ist dann Republik Kongo. Wahrscheinlich Tansania. Und dann sind wir in Kenia. Aber was ist hier? Wie kommen wir von der Elfenbeinküste weg? Was ist denn da drüber? Hier ist Sudan und Südsudan. Südsudan könnten wir nehmen. Das hilft mir nur nicht, nicht? Wenn ich jetzt Südsudan nehme. Äh, Südsudan. Der liegt auf dem Weg. Der liegt sogar direkt dran. Ah, krass. Die haben hier so eine kleine Grenze. Dann fehlt uns nur noch der Sudan, nicht? Dann haben wir alles fertig. Quasi. Also, wir haben den Weg fertig. Leider weniger Punkte. Weil man das in der Reihenfolge machen soll. Aber was ist bitte zwischen Nigeria, oder? Gehen wir über Nigeria? Ist das rechts daneben? Ja, ist da drunter. Ich dachte, das reicht vielleicht hier rein oder sowas. Hm. Ghana wird es jetzt auch nicht sein. Ghana liegt zwar da und Togo. Aber wir brauchen dieses Land, was hier drüber ist und die verbindet. Hier ist noch Benin oder so. Hier ist dann... Ah ja, wartet mal. Vielleicht so. Hier kommt Liberia. Dann kommt da Guena Bessau. Guinea vielleicht. Ah, nee. Das liegt links daneben. Burkina Farso. Boah, da wäre ich never ever drauf gekommen. Burkina Farso liegt dazwischen. Liberia, Sierra Leone, Guena Bessau, Guena, Senegal, nicht? Das hätte ich erst gewusst. Und Mali war mit M hier. Mali. Okay. Aber Mali hätte nicht gezählt, weil es der längere Weg ist, nicht? Das ist gemein. Ähm. Aber Burkina Farso hätte ich absolut nicht gewusst. Schade. Aber gut, jetzt haben wir was gelernt. Vielleicht für das nächste Mal noch eine Runde. Wir wollen vom Senegal nach Äquatorial-Guinier. Okay, das ist genau das gleiche wie eben. Äh, dann... Mali. Ähm. Okay, Mali ist richtig, hat aber keine Grenze mit dem Senegal. Bitte was? Also das verstehe ich zum Beispiel in dem Spiel nicht. Da würde ich doch sagen, ja gut, hier ist ein Fluss, aber... Und die haben keine Brücke, aber... Ey. Sorry, wer weiß denn so eine Pisse? Also... Nicht? Also... Sorry. Also das macht das Spiel so ein bisschen lächerlich. Solche Sachen sollte das einfach eliminieren. Weil das macht ja gar keinen Sinn. Ich kann ja nicht wirklich den Laufweg kennen von einem Land in ein anderen und die einzelnen Grenzposten wissen. Also das ist ein bisschen lächerlich. Okay, also Mali ist an sich richtig, aber ist es nicht richtig, äh, weil da, glaube ich, die Westsahara dazwischen liegt. Nee, die ist da oben. Was haben wir denn noch gehabt? Ähm, Mauritius... Nee, Mauritanie, nicht? Hat auch keinen Anschluss da dran. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Was? Guine auch nicht? Ach, äh, ich weiß, was mein Problem schon wieder ist. Ich würde gerne von Äquatorial-Guine nach Senegal reisen. Oh Mann, das Spiel ist so bescheuert. Ich will immer von Nord nach Süd. Aber das ist der Startpunkt. Gut, jetzt schaffen wir es natürlich nicht mehr. Aber das vergesse ich jedes Mal. Okay, das heißt, Kamerun wäre wahrscheinlich zuerst gekommen. Naja. Äh, dann der... Chatt vielleicht. Ja, und dann... Ähm... Mali-Chatt, was hatten wir hier gerade? Mali-Chatt, Mali-Chatt... Wir hatten es doch gerade eben. Mali-Niger, nicht? So, dann sind wir noch da angekommen. Ich habe es doch noch gerettet. Boah, ey, mit diesen Richtungen, das kriege ich einfach nicht geschissen. Also, wir wollen vom Bhutan nach Slowenien. Also, vom Bhutan aus starten. Ich finde, er sollte am Anfang auf das Zoom, wo man startet oder so. Dann wäre es irgendwie für mich visuell eindeutiger. Dieses Rosa nehme ich nicht als Startpunkt wahr. Ich weiß nicht, wieso das in meinem Kopf so ein Problem ist. Aber ich kriege es einfach nicht geschissen. Okay. Bhutan. 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 Mh... Nepal. Nepal würde uns aber nur ein Land weiterbringen. Wahrscheinlich Indien. Ist visuell eindeutig. Ja, für dich. Indien liegt aber nicht auf dem Weg. Dann China, Russland. Ja. China, Russland. Da machen wir nämlich den größten Sprung. Äh, dann Ukraine. Ukraine, äh, Polen, Ungarn. Ungarn wahrscheinlich. Ja. Und dann haben wir es schon. Jawoll! Äh, also für mich ist es visuell einfach nicht eindeutig. Vor allem das größere Land, das fokussiere ich sofort, nicht? Ich bräuchte einen Blinken, eine Umrandung, irgendwas. Aber für mich ist es einfach nicht eindeutig. Auch wenn es oben drüber steht. Und deswegen wollen wir jetzt von Bosnien-Herzogowina nach Mauretanien. Da wissen wir ja, wie es theoretisch geht. Ähm, wie kommen wir aus der Ecke am einfachsten raus? Also wir müssen nach Russland oder zur Türkei. Kroatien könnten wir nehmen. Bulgarien, Türkei. Warte mal, aber vielleicht geht auch Bulgarien so. Liegt er auf dem Weg. Dann fehlt uns hier noch. Serbien, ne? Serbien, Bulgarien, ähm, Türkei. Dann kommt... Syrien. Ja. Dann kommt... Kommt da schon Israel? Ja, Israel. Dann kommt Ägypten. Dann haben wir Ägypten. Sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Außer der einen Fehler mit Bulgarien in den Halben. Jetzt wird es wichtig. Ähm, Libyen. Ja, ist richtig. Das ist die Frage. Niger. Liegt nicht auf dem Weg. Ähm. Algerien. Ja, Algerien wäre es gewesen direkt. Ich dachte nicht, dass Algerien schon da rangrenzt. Aber geht doch. Und... Los geht's. Dafür kann das Spiel nicht... Mh... Würde ich nicht so sagen. Ein Spiel sollte immer so sein, dass jeder damit klarkommt. Und... Ich find... Für mich reicht einfach dieses... Visuelle Merkmal einfach nicht aus. Jetzt zum Beispiel auch. Von Grönland nach Uruguay. Hier ist... Hier mach ich's automatisch, nicht? Obwohl ich den Text lese, sagt mein Kopf, aber wenn es lang größer ist, starte von dem zu dem. In dem Fall passt das zum Beispiel. Aber es sind immer wieder die gleichen Routen, nicht? Jetzt sind wir wieder über Kanada. Ja, so langsam hat man dann alles raus. Vereinigtes Königreich. Nein. Vereinigte Staaten. Mexiko. Dann, äh... Honduras. Oh. Ne, was fehlte da? Guatemala erst. Guatemala. Honduras. Ähm. Dann Costa Rica. Ne, dann... Honduras, Guatemala, Nicaragua. Costa Rica. Panama. Äh, Kolumbien. Und dann sind wir erst mal da. So, und jetzt wollen wir nach Uruguay. Wahrscheinlich Brasilien. Dann sind wir direkt da, nicht? Ja. Bäm. Es geht doch. Dann kannst du auch keine Textaufgaben in Mathe. Korrekt. Kann ich auch nicht. Ich konnte nie Mathe. Das ist auch so eine Sache. Eine Runde machen wir aber noch. Vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Ja. Mexiko nach Venezuela. Okay, üben wir es halt nochmal, nicht? Also, Guatemala. Siehst du schon wieder? Ich lese oben gar nicht den Text. Ich sehe Mexiko und ich sehe Venezuela. Und ich denke, ich will von Nord nach Süd. Schon wieder reingeritten. Und schon einen Punkt verloren. Also, von Venezuela wollen wir hoch. Kolumbien. Beim ersten Mal wundere ich mich ja total. Nicht wie eben. Jetzt, beim ersten Mal, dann verrate ich mich. Ah, jetzt weiß ich warum. Panama. Costa Rica. Nicaragua. Costa Rica. Nicaragua. Nee. Costa Rica dann. Costa Rica. Nicaragua. Honduras. Guatemala. Und dann sind wir da. Bin auch wahnsinnig schlecht in Mathe, sagt Sehentrost. Ja. Das liegt auch an den Augen, nicht? Ich glaube, so eine Matheaufgabe muss man immer auch lesen können. Und ich habe zum Beispiel auch nie Bücher gelesen, weil ich einfach ganz schwer mich fokussieren kann, Texte zu lesen. Also, deswegen übersehe ich das hier wahrscheinlich auch. Das nimmt meinen Kopf einfach nicht wahr, diesen Text so. Auch mit der neuen Brille. Ich glaube, die liegt auch in der neuen Brille nicht. Ich habe eine neue Brille. Ich habe mich noch nicht an die gewöhnt. Ich glaube, das wird auch mit der nichts. Ich glaube, da muss ich halt nochmal hin die Werte doch nochmal korrigieren lassen, weil... Ich hoffe, aber ich glaube, das wird nichts. Von Albanien nach Äquatorial Neugineer. Okay, das ist wieder spannend. Jetzt wieder die gleiche Route. Albanien... Liegt Albanien direkt an Serbien? Nee. Shit. Das ist noch Montenegro dazwischen oder sowas, nicht? Aber Serbien liegt doch nicht auf dem Weg. Was hatten wir sonst eben noch? Begarien liegt da oben. Ist auch nicht auf dem Weg, hä? Begarien liegt nicht auf dem Weg? Aber es stimmt doch. Von Albanien. Jetzt sind wir mal richtig. Lese-Rechtschreib-Spräche? Zumindest nie festgestellt worden. Ich meine von den Augen her. Ja, ja. Meine Augen sind das Problem. Dann kann ich richtig fokussieren. Da wird leider auch keine Brille helfen, aber ich brauche natürlich eine Brille, die trotzdem das Ding so ausgleicht, dass ich wenigstens den Text lesen kann. Aktuell verschwimmt er heute ein bisschen. Vielleicht muss ich wieder auf die andere Sonnenbrille wechseln. Mit der ist es wenigstens scharf. Aber das habe ich ja seit November, nicht? Es ist aber der dritte Optiker und keiner kann mir eine Brille herstellen. Aber es liegt halt an den Augen. Aber was soll man machen? Operieren geht nicht. Da bräuchte ich dann neue Augen und neuen Kopf. Wird schwer. Genau wie das hier schwer wird. Serbien, Bulgarien, Albanien. Was liegt denn hier noch? Wer ist denn das? Brunei, Belarus, Bahrain, Burundi, Botswana, Bolivien, Bulgarien, Bulgarien, Hamburg, Bosnien-Herzogowina. Das wird es nicht sein. Das liegt da oben nämlich. Und das liegt auch nicht auf der Route. Südlich Griechenland wird es auch nicht sein, oder? Griechenland. Griechenland. Warum denn? Weil Griechenland an die Türkei grenzt in dem Fall. Ah, deswegen ist das nicht die Route. Oh, das ist ja mies. Okay, sonst über die muss ich hier rüber, weil das kürzer ist. Aber wenn wir hier unten sind, ist das natürlich kürzer. Boah, das ist fies in dem Spiel. Das muss man echt beachten. Okay, Türkei. Jetzt wieder Syrien. Wo wollten wir hin? Äquatorial Neuginea. Syrien. Israel. Ägypten. Äh, Sudan. Jetzt ist die Frage. Südsudan? Nee. Äh, Kongo. Demokratische Republik Kongo. Nee, liegt nicht auf dem Weg. Ich dachte, die liegt mehr hier dran. Kamerun auf jeden Fall. Dann vielleicht doch wieder der Chad. Ja, Chad ist richtig. Dann kamerun nicht. Und dann haben wir es eigentlich schon. Ja. Okay, okay. Ich würde sagen, 25 Minütchen Aufnahme. Wir haben ein paar tolle Sachen gelöst. Wir sind wieder schlechter geworden. Ich glaube, wir müssen mehr üben. Aber für heute reicht mir das. Wir sehen uns. Bis dann und Tschüss.